hallo zusammen und herzlich willkommen zu max grüßt folge 41 mit insgesamt 44 personen die wo jetzt nicht mit dabei sind sind dafür nächsten samstag mit dabei und die personen die wo jetzt weiter unten sind sind dafür vielleicht in der nächsten folge ein stück weit weiter oben ihr habt jetzt wieder getauscht die wo beim letzten mal weiter unten wahnsinn wieder weit sind weiter oben platziert und wo nicht mit dabei sind wie gesagt in der nächsten selbst bis zum ende dran ich habe nach die grüße noch eine kanal und wie und zugleich video empfehlung aus dem kanal der kanal den verlinke ich euch dann natürlich also fangen wir mit der ersten person an fuchs television roll-up reiner sprechverbot finn 619 zapp zapp schwester gisela wunsch e dorothy doktor stuhl dick laut unbesiegt hans dampf start my life riesen einlauf besorgte internet nutzer veganer sinnel alpaka mir monster weltreisender 67 matthias wellenzohn sebastian lampenbrille vincent parkplatz problem finn ich mobil sind wir bei der nummer 25 laser westler pimmel paule haifisch miese petriger heimbewohner neubauweg winkel spinne schockele schwester von goldnatz viertel vor neun fritz harman chichi elvador ratzetaun aus dem stadel senkotami raphi ru blix horny corny sarah märmian toni turbo veganer single und selbst serienmörder soviel zu die grüße die ich mir ja aufschrieben habe ich mache mir ja immer so liste das hat jetzt die letzten folgen auch geklappt und das format kommt da sehr gut an und jetzt kommen wir zum kanal den ich empfehlen möchte aber zuerst blende ich ja mal das video ein das ist mit der die wo vera am mittag gemacht hat und vier wände irgendwas damals halt so sachen renoviert die sendung hat gemacht und ja da ist sie halt im interview das ist ein kanal den habe ich durch zufall entdeckt ich schaue ja auch so andere youtuber noch an und da bin ich auf den kanal gestoßen die macht halt interviews mit verschiedenen personen mary roos ist drin in der liste der otto walkers ja verschiedene personen halt und das sind ganz interessante interviews in ort weil das interview wo ihr euch verlinke habe ich angeschaut schon und das mit dem otto walkers und die werden noch weitere interviews angucken weil ich finde das ganz interessant wahrscheinlich schaue ich als nächstes von der mary roos an die muss er mal gucken aber gut auf jeden fall das video wo eingeblendet war das verlinke ich euch und den ganzen kanal damit er da noch mehr anschauen könnt wenn ihr wollt also wer interesse hat kann da gern vorbeigucken und führt das video wo ich euch eingeblendet habe habe ich jetzt noch einen kurzen ausschnitt der ist wirklich kurz 0 41 also 41 sekunden oder sekunden und danach sehen wir uns wieder passest du da alles durch die gegend wäre also guck mal wir haben ja nun mal in den letzten 14 15 monaten konnten wir nicht viel reisen und auch mit der arbeit war es ja ein bisschen weniger und da haben wir uns einfach gedacht wir machen es uns hier zu hause so richtig schön und du bist ja auch eine begeisterte gärtnerin es gibt im garten immer was zu machen also angefangen von die terrasse kärchern abschleifen wir haben so eine holzterrasse ordentlich mal einölen haben wir jetzt ja zeit jetzt gibt es ja keine ausreden und jetzt bauen wir und basteln dann können wir wieder los aber du bist kurz eben weggefallen ja wie gesagt das war jetzt der ausschnitt und die kanal empfehlung ich verlinke es euch in der video beschreibung und weil ja dann nicht so viele reingucken verlinke es auch gleich noch in die kommentare wenn es euch gefallen hat könnt ihr mal einen daumen nach oben da lassen ihr könnt mich wie immer abonnieren beim abonnieren gibt es eine glocke wenn ihr da drauf geht so passt zu den neuesten videos nicht ihr könnt mir meine social media sagen folgen stehen hier im bild und in der video beschreibung mein zweitkanal ist in der video beschreibung verlinkt der kanal und das video wo ich gesagt habe ist verlinkt und wo mir posten schicken kann steht in der video beschreibung ansonsten wünsche ich euch einen schönen restlichen tag habe die ehre wir sehen uns morgen zum kaffeeklatsch am sonntag